Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Part von GTA Online. Ich müsste hier einstellen. Wir machen wieder ein bisschen Casino-Missionen. Auch wieder ein bisschen mit Abkürzungen, weil die sehr extrem lange geht. Vor allem die Zwischensequenzen. Wir haben jetzt recht lange Zwischensequenzen wieder gehabt. Hoppla. Und, ähm... Ja. Der Ghost möchte natürlich auch das Auto haben. Wie ich. Machen wir ein bisschen vorwärts. Du kannst gerne ein bisschen teleportieren oder so. Ja, aber ich fahre mit Bank schneller hier. Abzache. Es ist wieder lustig. Das ist... Ja, da hat Droxa recht langweilige Sachen gemacht. Was die jetzt für einen Erfolg hätten, wenn es alles ein bisschen anständiger gemacht hätte. Wir müssen mit mehr Arbeit machen. Hoppla. Genau. Nein, nein. Ganz knapp. Nicht. So, was ist denn ein komisches Wetter? Ich fahre mit der Sandsturm. Ja, du... Oh, okay. Also gut, wir sind nicht gut. Moin moin, Leute. Wir können uns sparen. Guten Tag! Hat es hier jemand denn, der... Nicht doch mich! Ich glaube ich nach oben, weil ich da muss was ich schicke. Oh, da muss ich da spawnen irgendwo hin. Ja, ist ja gut. Diese Pflanzenhilfe da. Ich bin nicht gesund. Ach man, ich will nur nach oben. Oh, da ist geil. Jetzt klappt's. Aber gewaltig. Ich kann Boxen kämpfen, weißt du. Nur wenig. Ganz wenig. Ich hoffe es ist nicht laut im Video bei mir. Das ist schon nett. Oh ja, da kommt auch Kronze und die schauen dann. Das ist meiner gewesen. Da oben ist noch ein paar Sachen. Gibt es auch noch welche? Bei mir irgendwo sind viele. Aber... Oh, diese Frauen. Da oben ist noch ein bisschen leise. Oh Gott. Ja, ich kann es auch. Alles verbrannt. Bei mir ist es gerade richtig laut. Ich hoffe im Video ist es jetzt nicht zu leise. Aber was ist denn der Kackbalkenscheng jetzt? Hey, die war doch sonst noch mal hier. Loll. Ist der nicht hier? Oder ist der bei dir da irgendwo? Ja, ich such ihn gerade. Wir müssen noch ein paar Leute spawnen. Nehmen wir hier. Hallo. Schnapp, ich würde sich wieder pflanzen. Was ist denn? Was ist denn der Kackcheng jetzt? Ja, ich würde schon unten spawnen. Was machen wir noch einigen? So. Na, da ist der hier auf jeden Fall irgendwo. Oh, wie nirgends. Oder war ich irgendwo nicht? Oder warst du noch irgendwo nicht? Was ich höre ihn jetzt, glaube ich. Oh Gott. Wie geht's denn? Komm, der muss jetzt hier sein. Ich kann das Gebäude nicht feststellen. Da liegt ne Dingens da liegt. Hä, warum nicht, hä? Warum nicht hier ne Schraubenschlüssel? BTF. Komm, der muss jetzt hier sein. Bei mir. Ja, irgendwo. Hier über das Schraubenschlüssel. Hä, wo war der denn da jetzt? Ganz in der Ecke, im ersten Stockwell. Boah, ich kann nicht mehr ziehen, weil du so viel herumbruckelst mit den Expressionen. Da war ich wohl Angst. Da ist immer noch einer. Komm mal vorwärts. Ach, Geng. Bist du faul heute? Vorwärts. Du schlumpen. Die schlumpen. Jetzt ging schlumpen. Der neft jetzt gerade schon ein bisschen herum. Steig doch ein. Nein, du musst einsteigen. Kann natürlich nicht einsteigen, nur zwei Sitzer. Ach, Junge. Kann noch nicht erinnern. Na, den Wagen. Ist auch gut. Ja, da nämlich mein Wagen. Nein, nein, schon. So gut. Komm rein. Komm so nur runter. Damit ich hier einsteigen kann und ja. Wäre da nur mein Wagen und ich nehme den hier oder so kaum. Wagen von der Geschwindigkeit sollten die eigentlich gleich sein. Hm. Das ist ein bisschen sicher. Bisschen abgerissen hier. Oh. Wagen wir jetzt mal wieder ein bisschen lange zwischen. Ich habe jedes Hör, wie er schon... Ja. So ist das japanisch redet. Ist nicht zu lang, glaube ich, der Wagen auch. Ich glaube, ich habe die Darts stärkt. Ich glaube nicht genau. Ja, ist voll. Ja, das ist ein bisschen hochschnell, ne? Also, der Wagen. Gott. Ich liebe Schlechtzäme, wenn ich die kleinste Bucchi bin. Wagen wir das schon mal wieder. Ja, das ist so großschnecht. Wenn ich das nicht oder ich mich auch so weiß. Was ist das? Alter. Ich bin so großartig. Ich bin jetzt über den Hürder. Dass ich mich sogar im Corsi, auch auf dem Corsi... ... und dann auf dem Corsi. Ich hoffe, dass ich das in meiner Mission auch wieder bekomme. Das nehme ich jetzt. Wo ist das Mission? Fertig. Passt. Normaler Mensch wäre jetzt echt schon tot oder so. Aber, naja. Passt. Aber nicht ganz. Halbtot. Tschüss. Schwinden Sie. Wow. Nicht gerade viel mehr, als ich mit normal gemacht bekommen habe. Tja. Etwas. Etwas. Wichtig ist. Das ist richtig. Stromaggregat, mit Problemen, Orosche Kreis, oh ja, ist ja ziemlich spannend, ok, jetzt geht's Komm ich jetzt wieder einen Anruf oder so, damit ich weitermachen kann, es ist hier drin, es sind ganz viele Spiele, ok Hä, du hast mich getroffen, tut das Ja, ich war der Aimbot, der hat da hingeschossen, also die Schüsse, die gehen dann automatisch auf diesen Spieler oder Personen halt, diesen Spieler oder Personen, ah ja, deutsch ist man wieder nicht da Sollte eigentlich irgendwas gehen, sonst ist es auch verbockt, dass man keinen Anruf, nix bekommt Boah, immer diese ganzen Spiele hier, ne, die sind echt nervig, ey Also Roms Alles klar, kicken die alle Tschüss Die Eidung, du warst tot Die wollten doch auch ein Leben Was ist das, lol, ich hab schon wieder jetzt neue Miss, äh, Missions, Missionars, Missions Du bekommst einfach sofort Missions und ich bekomm nix Missions Missions Ah ne, noch nicht, ja, jetzt sind die weggegangen Ja, du kriegst einen Anruf, äh, Mrs. Baker meldet sich bald, also ich kann jetzt ja, also ich kann jetzt keiner mehr machen Mrs. Baker meldet sich bald, muss ich die anrufen jetzt? Nein, nein, also die ruft dich an und dann fiel diese Mission weg dann unten Es passiert halt nix Ist noch unten noch dieses Zeichen bei dir Ja Na, dann musst du mal ein bisschen warten, bis dann Bis jetzt, ja, ja, die hat immer besetzt, glaub ich Ja, also die ruft dich an, wenn sie nie eine Mission hat Lass uns nur noch, äh, Roulette spielen oder so, oder Automaten hier Naja Vielleicht Automaten, aber eh Oh, spinn jetzt hier los Werden jetzt kriegen Hauptgewinn, alter Schade, du sagst hier schon Machst du mal einen Einsatz, los Oh, nee, hab ich nicht gewonnen, nice Game or shame Oh, oh, ah, 5000, alter, ist ja nix Komm, bitte, 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 komm Ja, ne, oh, wieder 5000, was will ich damit Komm, 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 komm Ja, ne, oh, komm, 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 komm Ja, oh, man, ey Ja, komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Ja, oh, ey Ey, die haben wir nicht Hauptgewinn gehabt, ey Oh, scheiße Ach, man, ey, was das für ein Kass Ja, ja, ach, man, ey Alle immer besetzt Ja Meine Intelligenz überwiegt die Chance Ja Oh Ich lehne lieber ab, als irgendwie das zu verlieren Ja, ja Oh Oh Das gefällt mir auch mal was, oder? Ja, slow Das musst du tun Ja Oh Auch bis jetzt Lucy, du Ich schluck einfach jeden an, bis ich eine Mission bekomme Hey, buddy Wie kann ich auf Service sein? Okay, das ist das So, ihr könnt es nicht auf die ... Was? Okay Ich glaube, wenn man 3D-Wand empfängt, macht Spion einfach, lol Ach, ja, 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 ja Nix Okay Cheetah Ach, besetzt Was hast du denn bekommen? Nix Gar nix Jeder besetzt Wo kommt noch ein anderer Brapertino Eine andere Werte 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 Ja Gewonnen Gezogen Halt 10.000 Werte 10.000 Werte 10.000 Werte Ja Was will der eigentlich hier, ey? Nja Ich kriege ihn jetzt Ich bin hellseher Ich bin einfach hellseher Wie ein Wunder gibt es so? Du associaust. Mensch. Komm, wir fahren ein bisschen herum bis die Mission anfängt. Du kannst ja wieder ein bisschen spießen. Aber irgendwas machen wir ja gut. Ah, letzte Möchte. Ah, ich habe einen Job. Einen Job, der so heiß ist. Wir werden ihn in einer Ex-Government-Fazilie unter ca. 100 Metern gefunden. Du denkst, du bist für's? Kauf die Facilie auf Maze-Bank und ich will dich dort treffen. Das ist größer, als jeder Bank-Job, der wir immer holen können. Wieso bekomme ich jetzt eine Mission von Leicester, aber keine Mission von Casino? Ah! 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 Savanne töte mich aus... Oh! Oh! Äh, ich habe noch eine Mission. Es ging ja schnell. Ah, jetzt sehe ich ja. Danke, du hast das Kript ausgemacht. Und wir brauchen deine Hilfe. Wieso bin ich jetzt an der Rennbahn? Ich komme jetzt nicht runter. Komm, hol mich kurz ab. Ich bin schon drinnen im Casino. Nein, nein. Ich komme jetzt einfach nicht von der Rennbahn runter, weil das genau an dem Ort ist, wo alles abgesperrt ist. Willst du zuerst oder nicht zuerst? Ich natürlich. Achso. Und natürlich doch, ne? Ich bin natürlich der Babo, oder? Ja, immer, ne? Nein, ich möchte auch etwas ins Video bringen, das mir ein bisschen weiterbringt. Ja, dann machen wir jetzt deine Mission und meine Mission. Dann haben wir fertig. Ja, und wenn wir alle gleichzeitig doppelt machen, ja. Ja, dann wird er gerade zum nächsten Part an, weiß er. Ja, und jetzt wieder ladet. Vorgang. Management. Ja, man kann übrigens rein, ne? Okay, aber ich habe kein Zeichen. Doch, ich habe ein Zeichen. Ach, dumme Frau. So steinhart. Ich gehe nicht auf die Seite. Nee. Ich werde niemals auf die Seite. Es kann passieren, dass zwei NPCs gleichzeitig an einem Ort absitzen und dann ineinander glitschen. Ach man, bis ich endlich am Ort bin. Also, GTA kann wirklich manchmal zum langweiligsten Game werden, weil es einfach nichts passiert, weil Rockstar meint, ja, die Spieler hätten immer Zeit, oder so. Aber gut. Dafür ist es auch eines der Besten. Was? Fäße? Fäße 102. Ähm. Vom letzten Schritt. So. Gummste. Spielen. War schwer. Ja, gut. 18 Millionen, Alter. Das ist so billig, Alter. Ich habe nur 18 Millionen. Das ist ja gar nichts, Alter. Ni hao. Oh, hey. Schön, zu sehen Sie. Hör, Herr Cheng hat mit der Duggan-Familie geschlossen. Ich bin überrascht. Es ist eine sehr komplexe Situation. Sie sind sicherlich nicht über die ziemlich schweren Taktiken. Und wegen der dubiösten Natur der Cheng-Fortune, ich kann nicht wirklich helfen. Wie ist der Cheng eigentlich? Kannst du mit uns kommen? Danke. Ich glaube, der ist erst gerade aufgestanden. Ich bin noch so müde. Was soll ich nicht tun? Ja gut, dann mache ich mich zwischen den Sequenz. Und dann so. Viel Training, ja. Schlaftrennen. Was? Autos bereitstellen? Näh! Ehrlich? Kassi. Oh, krass. Also. Ähm, hallo, danke. Take us to the Model 1. You know what we are doing there? We are meeting Avery and Dorten Duggan, Texan Investors. They have been trying to buy the casino. Tschüss. Scheiße. Manezli Tou Sang. Dong Tou! Mr. Cheng l... l-laments their methods. They have been very aggressive, very dishonest, a hostile takeover with direct tricks. They will bear all the bad behavior of the diamond-reasoning. Except for Mr. Cheng's. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Hallo, hier ist die Straße. Mr. Cheng is expressing his frustration. They are very heavy-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Der ist ein bisschen doof, ja. Sehr doof. Hey, hallo. Stellst du mir einfach Autos in den Weg? Oh, der ist auch schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Renaud Tourbus. Ja, wo müssen wir hin? Das ist halt egal, ne? Das sieht man. Ja, ja. Ja, ja. Alles gemütlich. Ja, von 0 auf 100 in, äh... Ja, wie kurz, Alter. Ich denke schon, wenn dann die noch besseren Autos rauskommen, fast noch kommen. Aber, dass alle Spiele dann so herumverfahren wie bei dir. Ne, das ist die Engine verschuldet, dass es nicht mehr schneller geht. Deshalb wahrscheinlich Rockstar doch schon ein ganz grosses Projekt machen bei GTA 6. Und sagt einfach nichts bis es rauskommt. Nein, nein! Das ist interessant so ein bisschen herumzufahren. Wie kann man da fluchen, oder? Aua! Ich konnte hier hoch. Wie fahr ich halt? Ich rutsche einfach hinten auf die falsche Seite. Ich muss die ganze drehen. Ah, Mann! Rockstar! Das ist keine Schmirgelseife, das ist Sand! Kieselsteine und Gras. Bitte! Realismus 0%. Ja, das Spiel ist schon echt scheiße. Ja, wenn man ganz oben anfängt, dann ist das Spiel schon scheiße. Aber schon ein bisschen hochqualitativer als der meiste Schrott, den es halt gibt. Also, was alles im Steam so rauskommt pro Tag oder so. Ist echt schlimm. Die schlimmsten Games kommen natürlich extra. Zuvor das Dach raus und alles mögliche. Ach ne, das ist gar nicht so... Oder haben wir gar nicht Kriegerballer, Alter? Obwohl, der ohne Explosion diesmal. Sonst ist meine Hörmuschel kaputt. Explodiert. Hast du Dimi noch einen, Diana? Was? Dimi noch einen. Pfff. Das musst du wissen. Du bist da der Cheetah. Ja, das Ding hast du angemacht. Entschuldigung, Herr. Das ist kein Dimi geworden, Mann. Nun, nun, Junge. Du verkaufst uns dein Casino. Du bekommst keine Konfusion über das. Du siehst, ich will es. Alles, was wir hier zu diskutieren, ist ein fairer Preis. Das ist schon ein bisschen lächelig vom Cheatmenü, das du nicht an den Godmode geben kannst. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Ja, das geht nicht, weil... Ähm... Die Leute haben einen sehr großen Fehler gemacht. Ja. Schwert so klar. Je mehr Level man bekommt, desto schwerer werden auch die verschiedenen Events. Also unfair werden die Events, oder? Bist du eigentlich gezogen, ja. Dass du schon hochlevelig bist, da zu modden. Deshalb gibt es auch so viele Anworte. Oder die ganze Zeit die Zwischensequenzen wieder anschauen, weil... Ja. Oder mal die Mission machen, weil du feierst. Das ist natürlich schon extrem nervig. Weil die 180 Grad Hinterdeckung durch Deckung durch... Mit Aim-Bot Headshots verteilen können mit einem... Mit einer Schrotflinde. Ja. Und die Spieler, ja, 10 Meter und sie... Und die Geschosse streuen so... Sie können Schaden mehr anrichten. Ist, halt, ein bisschen Rockstar-Rugik, aber gut. Und die Geschmack. Ich dachte, ich bin nicht ein Mensch. Sch对 die Bastards! Ops. Protect us! Ich mag diesen... Ich will die ganze Zeit Mr. Chang abschießen, Alter. Warte mal. Ups. Auch ein Herakoter kommt. Komm doch hier hin, wie ein bisschen Sicherheit, Cheng. Oh nö. Tschüss. Ah, jetzt kommen hier unten ganz viele. Das unten spannende Schiessereien zu machen, machen sie einfach Gegnerspam. Baaah, hier kommen viel zu viele. Help me. Okay. Ja, die Server-Buggen bei mir so rum, ne? Okay, ne? Das ist nicht mehr normal, ey. Ah, warte. Boah, der kommt mit der Minigun. Ja. Ja, auf dem Auto. Das ist so eine Art, ja, eine große MG. Hä, wo sind denn die Ebra da? Jetzt kommt ein Helikopter. Helikopter? Warte, lass mich hier machen da. Warte. Das ist die Kampf. Das ist am Training hier eben. Oh, besser. Ne. Ist noch einer hier? Oh. Die haben jetzt abgeschwungen, wahrscheinlich. Aber jetzt aber am Wawang eher warte mir. Ja, dann komm du. Das bitte. Ah, die haben ein bisschen was gemacht. Uns freiwillig. Langsam. Ja. Ja, so. Fahr einfach nicht ganz so schnell. Du musst links helfen. Ja, das ist nicht richtig. Was ist das? Genau da, Herr. Jetzt kann es gar nicht gehen. Ja. Oh, praktisch. Diese Geschwindigkeit, dieses Block. Sind jetzt echt die Helikopter noch? Ach, komm, die Schlau. Ja, tschö, fin du abgeschwungen. astisch. Einfach drüber fliegen damit, wann die Kurve nicht blicken. Ja, lieber wo es glatt ist fahren, als irgendwo. I hope we can survive one day off of that. Fahr doch einfach normal, dann wirst du schneller. Das ist ein Soundtrigger zu tun. Die ganze Zeit kommt. Der war dort einfach drunter. Tut mir leid, liebe Zuschauer, es könnte noch ein bisschen dauern. Du musst hier rein, nicht dort vorne. Ach so, oh. Nächster Ziel irgendwo am anderen Ende der Erde. Mauer ist weg. Mauer muss weg. Wieso habe ich jetzt noch einen Ton? Okay. Okay. GTA ist. Gut. Ja, ich bin aber bei mir. Ich bin aber bei mir zurückgefahren. Ich habe nicht als Business School taught. Danke für deine Hilfe. Tschüss. Danke. Okay, war ein langer Part, aber auch ein lustiger Part. Und ein kurioser Part. Aber gut. Nächste Mission geschafft. Dann machen wir vielleicht heute Abend noch eine Aufnahme. Nächste Mission. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele. Ja, aber hochqualitativ sind sie halt nicht. Naja, ne? Naja. Es geht, ne? Ja, früher waren die Missionen eigentlich immer sehr schnell, aber in GTA 5 sind die Missionen manchmal echt langgezogen und unspektakulär, weil man nur die ganze Zeit Gegner werden und töten muss und so. Okay, es gucklose Verhandlungen, 800 RP. Ja, eine gute Auszeichnung. Aber wenn wir das haben, dann haben wir vielleicht ziemlich, ähm, ja, etwas geschafft. Also ein DSI geschafft, aber die anderen DSI, ja. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen gedrückt haben. Also jedes Mal Missionen machen möchte ich natürlich auch nicht. Schöne am besten. Dann lass mal... Soll ich gleich meine machen, oder? Ja, ich momentan habe echt nicht Dinge eröffnet. Also aufgehender Weg. Also ich muss jetzt einfach mal kurz den Part benden. Und, ja, Pause machen. Ich muss jetzt was essen. Ich muss jetzt essen. Also dann. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.